Und was vielleicht auch richtig dumm ist, das ist das hier die Vatersorte, denn ich weiß, dass man hiermit, Mutagene ermöglicht dir eine Vatersorte mehrfach zu verwenden, sogar nachdem ihr 100% Bonus aufgebraucht wurde. Sie bieten einen Bonus von maximal 50% des ursprünglichen Sortenbonus der Vatersorte. Mutagene sind am nützlichsten, wenn du deine Sortenqualität im Empire Cup maximiert hast. Was ist die Vatersorte? Ah, das, also nicht die. Ich wollte gerade sagen, wie dumm, ich hätte die ja öfter benutzen können, wenn ich die, aber nein, es geht um die und davon habe ich mehr als genug, also ist das erstmal egal. Aber eine legendäre Hanfblüte hätte ich benutzen, die hätte ich benutzen können, um das zu forschen. Na gut, aber, ah ok, es kommen hier gleich neue Angebote, vielleicht helfen die mir, dass ich hier das noch erreichen kann, das wäre super, aber ich würde mich da jetzt nicht unbedingt drauf versteifen. Und gleich kriegen wir auch raus, ob die Haze dann schneller wächst oder nicht. Skunk und Skunk. Ah, gut, habe ich irgendwo eine Skunk? Nein? Ja gut, aber eine Skunk wächst ja jetzt wirklich schnell. Glaube ich. Das wäre echt voll abgefahren, wenn ich jetzt nochmal eine Empire Cup-Sorte, also nochmal so ein Saatding ins Abstaube und meinen Vorsprung maximieren könnte. So, also hier steht jetzt insgesamt noch 21 Minuten 13 und da noch 14, das heißt 4, beziehungsweise 5. Das heißt, nach diesen 5 Minuten Gießen wird danach alles schneller. Nur noch so 20 Sekunden oder 60 Sekunden pro Gießen. Und dann ist die Geschichte durch. Dann ist sie durch. Ja gut, aber die zweimal Skunk, die gebe ich gleich ab. Das würde mich hier an der Seite bei dem orangenen Balken nicht extrem weiterbringen, aber es dürfte mir eine Chance geben, die nächsten zwei Angebote freizuschalten. In der Hoffnung, dass die mir vielleicht etwas Geiles geben, wobei ich nicht, dass ich schneller zusammenkriege, aber doch ordentlich Punkte zusammen sammeln kann. damit ich die Empire Cup-Sorte noch ein bisschen weil ich werde erst wieder reingucken, wenn der Empire Cup vorbei ist, denke ich mir. Und das ist jetzt natürlich nicht so geil. Du brauchst Kekse. Du brauchst Kiew und Northern Lights. Ja gut, Northern Lights habe ich jetzt mehr als genug, aber Kiew fehlt noch. Gut, dann bitte ich hier nochmal nach Keksen. Und die nächsten Waren kann ich erst in einer Stunde erbitten. Ich hätte auch einfach mal diese ganzen nervigen Waren, so wie Kekse und so, da reinmachen können. Damit treibe ich das Unternehmen voran. Die Leute, die im Unternehmen sind und mir das spenden, kriegen ganz viel von diesen Punkten und können dann hier beim Pfandleiher mit diesem Scheiß hier so Kisten holen. Das ist schon sinnvoll. Das sollte ich vielleicht mir angewöhnen, das so zu tun. Ein wenig. A little bittle. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Achso, genau. Wo ist denn dieses Gang? Hier. Die ist gleich soweit. Tralalalalalalalalala. Und hier die, ähm, oh, 260. Das ist auf jeden Fall noch was. Weil das hier ist auch jetzt jeden Moment fertig. Und wenn das hier fertig ist, dann kann ich das auch noch weggeben. Okay. In eine Minute zwanzig circa. Sind drei weitere Rauch-auf-Räder-Bestellungen erledigt. Dankeschön. Pampf. Oh, nochmal Butter. Hm. Hab ich noch irgendwo eine Afghani? Ja! Pflanzen wir direkt noch eine nach. Sicher ist sicher. Genau, die wollte ich jetzt haben, um hier einmal kurz Brüderrohr zu machen. Wie viel Afg... Ja, okay, ich brauch noch ein bisschen. Aber dann kann das hier gleich weg. Das kann bald weg. Das und das auch. Ziemlich geil. Ich krieg bestimmt noch mal eine zusammen. Achso, ja, ja. Ich dachte mir, ich guck mal eben, weil ich gerade dachte, die anderen würden fehlen. Aber nein, es ist genau die, die... Ja, ja, ist ja auch logisch. Das ist ja auch total logisch. 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 Zack. Micheak. Du. 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 so skunk genau schneiden wir erst die skunk ab schnüppel pampf pampf alter als ob dafür fehlt mir wieder dieser mist hier das ist doch scheiße aber ich lasse das mal stehen das ist sicherlich für später ein gut also ich könnte mal darauf hinarbeiten dass das fürs nächste mal dann irgendwie fertig wird aber das wird wahrscheinlich zu lange dauern das hier nervt mich gerade auch ein bisschen also wenn ich die haze abschneide dann kann ich einen auftrag abgeben gut zu wissen schnippel jetzt noch ein bisschen afghani habe ich weiß ich noch eine nachziehen oh junge bisschen glück kriege ich noch einmal so ein ding ich habe keine diamanten mehr habe ich noch irgendwas was ich beim fandleier ausgeben kann weil da kriege ich ja manchmal auch diamanten dazu das wäre nämlich das wäre nämlich nice gewesen mega nice Mama P Bis zum nächsten Mal.